Vielleicht einmal so im Schritt macht er einen sehr gelassenen Eindruck. Nur wenn er läuft, dann kommt das Blut in Wallung und dann will er sich natürlich auch etwas beweisen. Nun hat er sich an das andere Pferd gewöhnt. So, und dann werden wir nochmal einmal antreiben und einmal den Galopp sehen. Das junge vierjährige Pferd soll als jüngere Monte, so greife ich mal wieder zurück an die alte HDV 12, wobei Militär die Pferde geritten worden sind, damit sie langlebig bleiben. Man hat also dort versucht, die Pferde langlebig zu erhalten durch korrekte Ausbildung. Muskulär, auch von den Sehnen durchgebildet, so ist das brav. So ist es schon mal viel besser. Jetzt nimmst du die Seite, wo er, ist er erstaunlich, als Hengst nun einen anderen neben sich zu haben, dass er so schön geht. So, jetzt aufpassen, dass du ihn nicht so hinter die Senkrechte bringst, sondern weich die Anlehnung. So, das sieht ja schon mal besser aus. Du spielst immer wieder die Anlehnung für dich. So spielst du sie, sodass du das Pferd so ein bisschen mit dem Schenkel, nicht umschließt, sondern in Anlehnung hast, sodass alles in guter Anlehnung ist. Die Hand, so wie Schenkel am Pferd und der sitzt auch. So ist das gut. Die bessere Seite ist auch die linkere Seite, oder? Galopp ist da rechts besser. Okay, versuchen wir doch mal dann dort anzuholen. Ruhig anzugaloppieren. Nicht so dahinter ziehen, öffnen, so ein bisschen die weichte Hand dran lassen und galoppierst du mal. So, ganz ruhig, so, gut, da, sehr schön, ganz prima, sehr gut, super machst du das. Sehr gut, Lopi mal so ein bisschen, das ist doch prima, ganz gut. So und durchparieren zum Trab, auch da, ruhig in den Trab gehen lassen, so, gut gemacht, Handwechsel machen, weich, so, ganz genau, machst du ruhig den Handwechsel, keine Kurven drehen, so, locker, 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 öffnen. Das heißt also, jetzt musst du sehen, dass du so ein bisschen Stabilität in deine Anlehnung bekommst. So, so, ruhig, ja, weiter, so, lass ihn rechts gestellt. Warum nicht nach innen stellen, nur weil die Reihlehre sagt, dass die Pferde gestellt durch die Kurve gehen müssen. Jedes junge Pferd wird außen gestellt durch die Erde, durch die Ecke gehen, wenn es frei galoppiert. Das müssen wir immer wieder so ein klein wenig beim Anreiten eines jungen Pferdes berücksichtigen. Junge Pferde wollen nicht nach innen gestellt werden, sondern müssen ihre Balance und ihr Gleichgeficht halten durch sich von sich aus genommene Stellung nach außen. So, gleich nochmal angaloppieren. Lässt du dem Kleinen mal ein bisschen Platz? Ja, kommst du mal, so, sehr gut gemacht, jawohl. Sehr schön, gut so. So, ruhig zurücknehmen, etwas und dann, aber nicht ganz dahinter lehnen, da hast du die Hand vor, Parade, etwas nach oben, so, und dann die Hand vor und wieder durchparieren. Ja, so, ja, ist doch gar nicht schlimm. Jetzt nicht mit Gewalt zurückziehen, sondern lieber dann mal eine Wolte drehen. So, damit man die Anlehnung, die ein junges Pferd, das junge Pferd ist so weich im Maul und da muss man Rücksicht drauf nehmen, so, und jetzt langsam, 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 so, zurücknehmen, 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 mehr zurücknehmen, das Tempo rausnehmen, das Tempo rausnehmen und lass los jetzt. So, so, lass mal ganz los, ganz los, weg die Hände, weg, so, so, genau, da will ich den hinhaben, so, auf den Zirkel geritten, auf den Zirkel geritten, so, spielen und loslassen wieder und loben, das müssen wir erreichen, wenn wir das erreicht haben, das ist die halbe Miete. Das ist aber, wenn Sie, so, nicht, 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 nicht dahinter ziehen mit dem Zügel, nehmen wir ihn nach oben hin, nach oben und dann lass los, nehmen wir ihn nach oben hin, oben das Genick hochnehmen, Parade, mit der Hand, so, loslassen, nicht wegtreiben, so, genau, so, so, da musst du immer dafür sorgen, das muss man dann auch mal mit der Hand machen, das kann das Pferd noch nicht, das vierjährige Pferd über den Schenkel, so, Vorsicht, so, jetzt mal Schritt durchparieren, so, so, loslassen, das ist natürlich, das ist so schwierig mit so jungen Pferden, ja, es bedienen sich viele Profis anderer Mittel, Schlaufzügel drauf und dann gibst du Gas, nicht, dass du dahinter kommst, und dann wird auch so gebremst. Alles nicht gut fürs Pferd, fürs Portemonnaie vielleicht, aber nicht fürs Pferd. Also da müssen wir immer dran denken. Eine pferdegerechte Ausbildung darf niemals aggressiv vor sich gehen. Es muss immer in Richtung Pferd sein. Sehr vielseitig ausbilden. Nicht, dass man jetzt meint, man muss ein junges Pferd immer in der Halle. Nein, es muss raus, aber erst dann raus, wenn die Sicherheit besteht, dass ich in jeder Zeit aber auch parieren kann, zur Seite nehmen kann, lenken kann, eine Sicherheit habe. Da muss das Pferd ins Gelände geritten werden, es muss sich ausgaloppieren dürfen. Es muss Freiheit, Bewegung haben. Nicht, dass das Pferd 23 Stunden im Stall steht und eine Stunde bequem, wie uns das Pferd nun rauszunehmen. Das reicht nicht. Absolut nicht.